oh achso warte ich sollte vielleicht mal ich sollte vielleicht mal eine feuerstelle bauen wie wärs denn damit dafür fehlt mir jetzt holz kann ich jetzt das holz wieder rausnehmen ja so und den turm den muss ich dann natürlich auch gleich erstmal so richtig schön in spikes dann später einbauen ach genau feuerstelle ist jetzt fertig wo packe ich die am besten hin vielleicht da auf das holz so richtig schlau na komm packen wir das hier in die ecke und dort non 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 empty what a small empty hier haben wir nochmal hier haben wir nochmal ich ähm ich bin grad ein bisschen ich bin grad ein bisschen überfragt hier 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 Ähm, hallo? Ich kapier nicht, was er da macht Hör auf Hallo Was, was will er? Ähm Hör doch auf Komm zurück Boah, endlich hört er auf Meine Güte Hängt das damit zusammen, wenn ich das trinke? Okay Also wenn er die, wenn er das, wenn er das trinkt, dann Dann ist er Mutzi oder was? I'm tipsy whipsy Hä, but, what the fuck? Bleib hier Hallo Hallo Hör auf Mach die Tür zu jetzt Alter Okay, also Getränke, die in Dosen sind, die trinke ich erstmal nicht mehr Stell dir mal vor, ich mache das mitten in der Nacht, wo ich überfallen, wenn ich überfallen werde Und der läuft einfach zur Tür raus Und lässt sich wegfrühstücken Oh nein, du sollt Okay Ach ist mir jetzt egal, dann verdurste ich halt Ist mir jetzt, ich kapiere das gerade nicht Ist mir jetzt egal Ich will jetzt diesen scheiß Turm endlich fertig kriegen Zum Glück ist das noch tagsüber Komm schon Komm schon So, dich nehme ich fürs Inventar Nein, erstmal Zurücklaufen Man kann ja die Stapel irgendwie nicht auseinander nehmen Das heißt Oh Mann Oh Mann Oh Mann Oh Mann Also diese Türme, die bringen schon was. Und das auch auf gute Entfernung. So, also nochmal. So, also was möchte ich gerne? Ich möchte gerne diese zwei Wasser kochen. So, dann habe ich... Okay, das ist T, das ist gut. Dann haben wir hier nochmal... Wasser und ähm... Ist das Water big? Small. Okay. Gut, das hätten wir jetzt. Der Hammer war kaputt. Da fehlt mir immer noch Holz. Schön, die Axt geht auch gleich kaputt. Gut. Okay. Holden-t. Vielen Dank.